Ja, und Wimler reiht sich gleich erst wieder ein. Der hat gemerkt, dass er am Schaden ist. Verstanden sein hätte ich mehr, weiß ich nicht. Oh, man. Ah, schade, ey. Ich hab das alles nicht gehabt, weil es so weiter eingebaut werden. Der Spanier ist auf dem dritten Platz. Das ist richtig. Und Delphi Lajosch Pedros. Das ist ein unständisches Spiel hier. Das macht zwar alles schon. Aber ich glaube, das ist der Spalter. Das war der Maske noch mal.